einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu gold rush the game hier auf dem river down claim river down river town claim und zwar die allererste folge wo uns dieses wunderschöne stückland gehört ja unser bagger steht da noch so wir haben auf jeden fall noch ein bisschen material was wir hier so wegschürfen können wir sehen es die gabel gabel okay die schaufel ich kann nicht mehr reden es ist so weit ja er läuft schon diese ist bald alle wir haben ja noch ein bisschen was zu schürfen und das erste mal schürfen seit uns der klein gehört sprich wir werden millionäre ja ich würde ganz gern ein bisschen gold machen und so vielleicht die werden wir wahrscheinlich noch einmal umsetzen vielleicht auch nicht vielleicht reicht das auch was wir wegschaufeln ich möchte mir den radlader kaufen und erst mal hier die ecke komplett weg graben und so denn mit radlader auch hier in diese waschanlage rein so ist mein plan so vielleicht irgendwie dementsprechend fangen wir einfach jetzt mal an es wird zeit von der zeit so wasser hier ist wasser schön denn können wir jetzt ja läuft perfekt gut ab in den radlader und den radladern wir mal eine runde so ist das noch genau alles richtig eingestellt denn nur noch hier die kamera so und dann können wir hier auch guck mal schöne schaufel so freunde letzte folge haben wir einen kleinen gekauft hat uns 1,2 millionen gekostet dollars natürlich nix euros wir haben noch einiges an land hier und es geht teilweise auch sehr sehr tief runter ich hoffe dass sich das lohnt kann ich mir vorstellen ich meine muss muss sich ja lohnen als nächste parzelle wird ich tatsächlich eventuell dazu tendieren sogar old arno zu kaufen falls wir überhaupt jemals so weit kommen das ist das ist halt die frage werden wir so weit kommen dass wir noch eine parzelle kaufen oder werde ich mit dem let's play vorher aufhören man weiß es nicht vielleicht vielleicht auch nicht ja es dauert halt doch ein bisschen und eigentlich macht es natürlich auch sinn erstmal diesen kleinen hier komplett leer zu machen es liegt vielleicht so ein bisschen an euch wenn euch das video gefällt und so also dieses ganze projekt gefällt denn seid ihr auf jeden fall dazu angelassen ein däumchen nach oben zu hinterlassen und für auch das video anzugucken was du natürlich tust wenn du es gerade hörst weil wenn ich immer so zehn views auf dieses video habe das ist ein bisschen wenig 10 views ist ein bisschen wenig das muss mehr sagen also so durchschnittlich 30 ist okay und so fünf däumchen nach oben also das ist das das ist für ein let's play auf meinem kanal wäre das ziemlich viel fünf daumen nach oben das schaffe ich quasi nie meistens so drei oder vier allgemein ich weiß so ls 19 tutorials infos mods das seht ihr sehr sehr gerne was ihr nicht so gerne seht sind let's plays schade zwei drittel meiner videos wahrscheinlich eher mehr wahrscheinlich eher mehr sind let's plays bei mir mein ich kann halt mods tutorials und so kann ich alles immer nur machen wenn ich was hab ich mein bringt euch ja auch nichts wenn ich mir was ausdenken und dann bringt euch das nix so die wasserquelle ist gefüllt achtung achtung wasser heißt wir werden jetzt mal eben hier dinge tun und zwar sachen umstöpseln machen jetzt mal den torm aus aus so hier torm aus werden das jetzt irgendwie alles so stöpseln dass wir den torm befüllen können weil geil so erstmal du kommst ab du kommst dran dann kommst du hier an hallo niemand hat gesagt dass du da liegen bleiben darfst so jetzt braucht das ganze nur noch das raum das heißt auch der kommt hier ran den starten wir sie gerade hier und theoretisch müsste er jetzt auch wasser haben ne hat er nicht wie wieso hast du was soll das warum hat er kein wasser er hat wasser oh ok ist das ist das so ist das so richtig hä 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 das ist der schlauch hier oh ok warte den müssen wir jetzt erstmal oh ok warte hier so 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 denn ich kapiere es nicht hä was hab ich denn jetzt hä was hab ich denn jetzt gemacht warte das ist der den ich gerade abgehängt habe müsste das ja hallo wer hat dir erlaubt da liegen zu bleiben so theoretisch genau du läufst jetzt hast du wasser jetzt müsste der da hinten auch wasser haben theoretisch ja so guck mal jetzt hat er wasser was für ein hä desaster so das heißt wir da hatten wir ein sekret und du müsstest jetzt ach guck mal oh oh wasser sich befüllen geil sprich das kann hier jetzt so weiterlaufen ne also wir 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 machen jetzt weiter schön schöni schöni oh mein gott schöni ich ich red wie annie sedak ist ist das gut ist das schlecht man weiß es nicht so ganz ja ähm annie sedak im übrigen ich aktuell ich weiß nie hab sie echt mal gern geguckt aber irgendwie irgendwie nerven ihre videos mittlerweile keine ahnung warum so aber es geht jetzt ja nicht hier um anisa sondern um gold wir brauchen mehr gold denn wenn wir oben rechts gucken 0,0 unzen gold wir haben noch 102.000 102.000 das ist nicht wenig aber das reicht nicht um uns eine maschinen platzerweiterung zu kaufen und ein radlader dafür ist das zu wenig ja und ich möchte mir kein ich möchte mir eigentlich keinen kredit mehr kaufen weil jetzt ich meine wir machen jetzt hier wir müssen keine 35% zinsen mehr zahlen freunde keine 35% das ist jetzt mehr gewinn wäre übrigens lustig wenn es einfach völlig egal wäre weil wenn man auf dem gesamten claim 35% zinsen zeigt dass es einfach so 1,2 Millionen sind aber ich glaube tatsächlich dass sich das auszahlt diese investition wird sich definitiv auszahlen freunde ja schön halbes video rum und trotzdem nichts geschafft es ist so klassisch gleich kommt auch ein schönes video raus was ich mal angucken möchte da bin ich mal gespannt wird bestimmt großartig so ja ist halt die frage ihr könnt mal in den kommentaren schreiben wie es jetzt mit diesem let's play weitergehen soll gerne 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 weil ich bin mir da grad nicht so ganz schlüssig wie ich das jetzt weitermachen möchte im endeffekt wäre jetzt der nächste step die große waschanlage zu bauen dafür brauchen wir einen Haufen Kohle ich bin mir zwar fast sicher dass wir uns die leihen könnten von der Bank vielleicht auch sogar komplett ähm aber das möchte ich ja eigentlich nicht die frage ist halt machen wir jetzt noch so ein paar folgen so weiter ein bisschen buddeln und ein bisschen ein bisschen Geld verdienen und dann irgendwann wenn wir die Kohle haben so nach und nach die waschanlage kaufen oder pausieren wir das let's play jetzt für ein paar wochen wahrscheinlich eher zwei drei monate bis ich soweit bin und wir uns die waschanlage leisten können ich kann das ist es natürlich ganz klar ich kann jetzt nicht jeden tag hier ähm zocken vor allem nicht jetzt im sommer wo wir auch mal geld verdienen können als veranstaltungstechniker ja ist halt die frage könnt ihr gerne in die kommentare schreiben was ihr so denkt wie machen wir weiter und ja mein plan ist jetzt erstmal hier diesen Haufen weg zu graben und dann denn die anlage nochmal umzusetzen irgendwie man weiß noch nicht so in welche richtung aber ja es wird jetzt aber auch schon dunkel das heißt eigentlich könnten wir jetzt auch erstmal se se gerät da oben an machen mit dem licht mal gucken so le start und jetzt ein bisschen weiter left genau so so gefällt mir das ist halt ultra hell mit dem licht ne also im gegensatz im gegensatz zu beim landwirtschaftssimulator weil alle alle lichter beim landwirtschaftssimulator sind halt eigentlich so ja nette Deko aber für nix zu gebrauchen um das mal diplomatisch auszudrücken so ich würde sagen machen wir heute mal eine kurze Folge Good Rush The Game dafür sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder und denn mit dem Radlader in dem Sinne wir sehen uns bis denn wenn es dir gefallen hat wie gesagt Däumchen nach oben und ein Abo für meinen Kanal wäre toll und Ciao und so und so wir sehen uns dann in der nächsten Folge